2024 haben wir gelernt, was KI eigentlich ist und was KI kann. 2025 müssen wir dieses Wissen einverleiben. Wir müssen es zu einem täglichen Tool machen, was wir permanent verwenden. Dass es uns Menschen den Raum schaffen, wieder mehr Menschen zu sein. Viele Potenziale, viele Chancen und Risiken. Wir sind es nicht gewohnt, eine KI, eine Entität zu haben und unlimitiert kreativ sein können. Mitdenken, nachdenken, überprüfen. In Europa müssen wir jetzt einmal wirklich Gas geben. Das heißt, erstes Stichwort Gas geben, damit wir da nicht den Anschluss verpassen. Wettbewerbsfähigkeit, neue Produkte und Schnelligkeit. Innovationsgeist, Effizienzsteigerung und Spaß am Neuem. Das Challenge-Niveau ist das beste Niveau, weil es gibt uns Mut, es gibt uns Kraft und es hilft uns schneller zu agieren, als wir könnten, wenn wir keinen Challenge hätten.